Wo die Vöglein lebendig singen und die Hirschlein fröhlich klingen, dann kommt man vor einer Stadt, wo mein guter Papa ein hat. Mancher wird am Ofensitz und auf ein Geohrenschlitz ein Sturm kurz aus, ist kommend raus. Den soll man meist selten kennen oder gar als Meister nennen, wer doch nirgends ist gewiss, nur gesessen in sein Nest. Mancher hat auf seiner Reis ausgestanden Mühe und Schweiß und Not und Heil, das muss so sein. Trägt der Eisen auf den Rücken, trägt es über tausend Brücken, bis der Kommt nach dem Skotheim, wo man trinkt die Bruderwein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018